Es gibt so viele Dinge, über die man eigentlich sprechen müsste in diesen Tagen. Zum Beispiel über die tägliche Gewalt gegen Flüchtlinge. Seit Jahresbeginn verging in Deutschland praktisch kein einziger Tag ohne einen Anschlag auf ein Flüchtlingsheim. Es gibt so viele Dinge, über die man eigentlich sprechen müsste in diesen Tagen. Ich glaube, das ist nicht gesprochen. Ich glaube, das ist ein bisschen gar nicht. Schauen Sie mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich glaube, das ist ein bisschen vieles, über die man eigentlich sprechen muss. Ich glaube, das ist ein bisschen vieles, über die man eigentlich sprechen muss. Und wenn man den Rassismus sich als Zeug hätte bedennt Deutschland ist, wir können uns nicht feiern werden Deutschland ist, wir müssen eine Sterne Deutschland ist, wir müssen ein Rassismus sehen Und wenn man den Rassismus sich als Zeug hätte bedennt Das ist ein Rassismus, wir müssen ein Rassismus